What are you doing? Leibwächter! Super, dann machen wir Leibwächter. Ich finde das okay. Unser Ziel, Attentäter. Okay, wir müssen ihn beschützen. Supi. Keiner ist hier bereit. Ich bin der Einzige hier bereit. Nein? Gut. Er ist bereit. Ziel ist bereit. Wir sind hier noch nicht komplett bereit. Die sind ja auch noch nicht komplett bereit. Macht aber gar nichts. Der sauft schön weiter. Super. Finde ich super. Ich habe die Prüfung vergessen. Hallo liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin der Einzige und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Auch schaut euch an, wie ihr trinken könnt. Guck mal seine Augenbrauen an. Selber hinzeichnet. Ach ja. GTA 5 auf der PS4. Wir spielen Gegner-Modus. Und leider Gott ist heute alleine. Aber was soll ich tun? So ist es lame. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Weil eigentlich zock ich hier oder fahre ich hier nur rennen. Weil sowas hier. Okay. Ich bin der Leibwächter. Unser Ziel. Attentäter. Wo ist unser Ziel? Wie der uns noch nicht beschützt? Der Ziel. Okay. Ich beschütze die Zielperson. Gut. Also nur die Attentäter killen und dann haben wir es. Wow, wow, wow. Einen haben wir weg. Wo ist denn der? Wo ist der jetzt? Da oben, da oben. Oh gut. Super. Team ist spitze, hey. Unser Team ist spitze. Ich dachte, ich hätte ihn im Tag gesehen. Wo ist er denn? Wo versteckt er sich? Fuck. Ah, da war er. Okay, gut. Da hinten ist noch wer. Habe ich meine Snipper? Wo ist der? Ah, schau. Mann, schau. Mann, schau. Mann. Fuck. Okay, warte kurz. Ist das die Schwere? Ja, ist die Schwere. Gut. Der war da hinten irgendwo. Hier irgendwo ist der Pipi-Kopf. Ich sehe ihn nicht. Wow. Alter, ich habe das echt. Keine Ahnung, ich bin jetzt eher so auf Seven Days to Die. Der ist gerade nicht so aktuell bei mir. Darum bin ich ein bisschen... Aha, warte. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh, fuck. Der ist weg. Schande, den wollte ich. Kacke. Ich bin so blöd. Wurscht. Ein Teamleben habe ich noch. Da ist sogar ein Gegner. Gehst du weg? Wo ist der? Er blinkt blöd. Alter, was der einstecken konnte. Unglaublich. So, ich darf leider nicht mehr sterben. Sonst ist es vorbei. Gibt es noch wen? Ich stelle mir blöd. Fuck, fuck, fuck. Was mache ich? Ich traue mich gar nicht weg. Ich bin sicher, der Nächste, der stirbt. Ich würde vielleicht die Snipper rausholen. Ich weiß es nicht. Ah. No, no, no. Okay, warte. Laufen ist nicht gut. Fuck, 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 fuck. Ich sehe ihn nicht. Kacke. Da hinten ist er. Wow, ich habe ihn aber auch noch gekriegt. Perfekt. Super. Bin zwar tot, aber ich habe ihn auch noch gekriegt. Jetzt kann ich nur noch zuschauen. Wie viele Leute spielen noch? Was geht hier ab? Mann. Ich möchte das anders sehen. Ja, wie gesagt. Da ist aktuell eher so das Spiel, was ich momentan zocke, als GTA. Warum muss ich mich da erst wieder reinfixen, irgendwie so, ne? So ist es ja nicht. Hinter dir, Junge. Da unten ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh. Oh, gut, den haben sie gekriegt. Den haben sie gekriegt, aber da sind noch welche. Alter, was tust du? Na, was? Da ist einer. Was macht er? Ich meine, ich glaube, er sieht dasselbe, was ich sehe, ne? Er hat dieselbe Grafik. Also, was soll ich sagen? Kamera-Position-Ding da an. Also, ich glaube, wir verlieren das Ding. Möchte ich nicht beobachten. Das ist langweilig. Das ist ja auch nicht besser. Der Typ, was macht er? Da hinten, da steht er, da steht er. Gut. Wieso ich so brüge, könnte ich eh nicht hören. Voll unnötig. Okay, du bist der Letzte. Das heißt, wir haben verloren. Super. Sind wir gut? Ne, sind wir nicht. Hey, du bist das Ziel. Hinter dir, hinter dir. Ach fuck, warum brülle ich denn? Ja, kann ich mich ja nicht hören. Ich bin so dämlich. Oh ja, gut. Jetzt ist es vorbei. Das geht nicht mehr. Fuck, wir haben verloren. Super, hm? Gut. Gut, 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 gut. Wir sind die Bösewichte. Ey, fuck, als Bösewichte hast du nicht alle deine Gnaren? Okay, das ist, das ist hart. Jetzt sehe ich nur Busch. Das bringt nichts. Ich weiß nicht, wie oft ich dir in den Kopf ballern muss. Das ist unglaublich. So ein bisschen campen, das ist nie verkehrt. Ich sehe nur Busch. Komm schon. Alter, mit dieser Knarre kriegst du ja kein Kill hin. Das ist ja, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Echt, jetzt ohne Witz. Was ich da drauf ballert habe, das kannst du nicht glauben mehr. Das ist unglaublich. Das ist ja unglaublich erst. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben nur Schrott. Ich sehe den nicht einmal. Ah, okay, jetzt check ich es. Die haben unbe... Also unser Team hat jetzt unbegrenzt Leben. Okay, ich kann so oft sterben, wie ich möchte. Wir müssen nur den Big Boss Player aufhalten. Ah, yes, check ich es. Na gut, ich spiele den Spielmodus ja auch zum ersten Mal. Also, bitte. Ihr müsst so ein bisschen, bisschen Verständnis haben für mich. Okay, wenn ich mich anstelle, wie der erste Mensch. Dann nur, weil ich keinen Plan habe. Oh, warte, er rennt, er rennt, er rennt. Oh, warte kurz. Mich kann er ja nicht sehen, oder? Auf der Karte, denke ich. Komm, 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 komm. Er will außenrum, er will außenrum. Alter, verwalter, komm schon, alter. Der Typ kann einstecken, aber das ist normal. Und wir haben scheiß Knarren. Wir haben echt Kackknarren. Vielleicht hätte ich mit der Schotte, ich war eh nah dran. Hätte ich ruhig schotten können. Ich kann so nicht. Das wird nix. Fuck. Jetzt da, aber schnell, wir müssen den aufhalten. Geh in Deckung. Ah, no. Okay, gut, 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 gut. Ich habe irgendwo keine Kohle, sehe ich gerade, hm? Ich glaube, ich bin der ärmste Mensch in GTA. Ohne Witz jetzt. Wo ist er? Den wollte ich gar nicht anvisieren. Ihr Schweine, den will ich nicht anvisieren. Scheiß Auto-Aim, echt. GTA ist kein Spiel, was man alleine spielen sollte, ne? Immer mit Teamkollegen so. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Schau, jetzt visiert er den nicht an. Was ist denn da los, Hearth? Das gibt's ja nicht. Komm schon, den haben wir jetzt gleich. Fuck, ich hätte gerade die Zielperson erledigt. Wo ist der Wichs? Entschuldigung, dass ich so rede. Wo ist denn der kleine Spacken? Wo ist denn die Zielperson? Die schwimmt im Wasser. Da ist, da ist, da ist, da ist, da ist. Fuck, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Schnell, schnell. Ja, super. Unterstützungskill, komm, Alter. Ich hab den meisten Schaden gemacht. Kannst mir jetzt nicht erzählen. Kann, wenn die hier haben sie nicht so durchschossen. Hm. Ich hab das ja leider nicht verstanden. Aber 16.000, super. Freut mich. Okay. Wenn's weitergeht. Geht's weiter? Hallo? Geht's hier weiter? Anscheinend nicht. Ich glaub, das war's. Nein, wir müssen hier drei Runden gewinnen. Sicher geht's noch weiter. Huah, 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 huah. Komm schon, Baby. Oh ja, oh ja, gibt's nicht. Super. Jetzt wieder verteidigen. Da hat man nur zwei Leben. Das ist kacke. Okay, wo ist unsere... Wo ist... Wo ist der Typ? Der Wichtige? Da ist der Wichtige. Komm, wir bleiben bei ihm. Ich hab das vollkommen falsch gemacht am Anfang. Hab ich... Spezialkarabiner. Okay, ist gut. Warte, renn nicht so weit vor. Ja, die kommen... Die kommen gleich von hier. Hundertprozentig sind die gleich da. Okay. Ja, okay, gut. Ich kann... Ich würd... Für dich ballern. Wenn du mich hier hinlässt. Okay, ist gut. Ich beschütz dich mit meinem Leben, Gipetto. Ich folge dir. Renn nicht so schnell. Die sehen dich sonst auf der Karte. Ach Gott. Schaffst du sie hier durch? Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ah, jetzt hab ich's auch hingekriegt. Ich seh niemanden. Alles cool. Heyho. Warte, lass mich hier in Deckung gehen. Nein, lass er mich nicht. Fuck. Komm schon, das schaffst du mal. Ist da einer gewesen? Fuck. Voll auf dem Präsentierteller bin ich. So, perfekt. Komm jetzt vor, endlich. Schnell, komm. Renn. Komm, wir haben's ja gleich. Wir haben's ja gleich. Wo musst du hin? Wir sind hier, oder? Sind wir hier? Nein, sind wir nicht. Warte, warte, lass mich, lass mich, lass mich. Fuck. Na, komm raus. No, 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 no. Oh, warte, fuck, fuck, fuck. Komm, die haben unsere Zielperson. Warte, warte, bleib hier, bleib hier. Ich renne anders. Ich renne anders, oder? Haben wir ihn schon? Ich glaube, wir haben ihn schon, oder? Ich renne so. Ja, ist nicht dumm. Ist nicht so dumm. Bisschen Zeit haben wir noch. Kann ich Sneepern? Ah, warte, da rein, da, ne? Fuck, warte, komm, schnell. Warum springe ich? Ja, weil's spektakulär ausschauen muss. Das ist hier Action-Ding. Ah, warte, ich hab dich gesehen. Gut. Zielperson, komm jetzt. Der Weg ist frei. Wo müssen wir hin? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann doch eher Sinn, oder? No, 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 no. Wieso visiere ich ihm nicht an? Ich verstehe das nicht. Oh, nee, ich hab keine. Der ist tot. Scheiße, ich weiß nicht, warum ich ihn nicht anvisiert hab. Wo, warte, warte, warte. Von der anderen Seite. Ich krieg die Waffen nicht wegs rum. Ich bin nämlich gleich tot. Und so kurz vorm Ziel möchte ich nicht sterben. Warte, kurz, warte, kurz. Okay, das ist jetzt schmoren hier. Ich hab hier eine Kack-Position. Ernsthaft jetzt. Gut. Da blinkt aber noch einer. Hier blinkt noch einer. Ungefähr hier. Fuck. Da wär vielleicht einer gewesen. Ist nicht mehr. Das könnte das dein Kopf sein. Fuck. No, 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 no. Ich kann mich nicht wegrollen. Verdammte Kacke. Los, Zielperson. Nein. Okay, okay, okay. Wurscht, ich hab noch genug Leben. Ich bin sicher gleich da. Ja, bin nicht weit weg. Super. So, ich bin wieder hier. Passt schon. Alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht. Du kannst die Ohren nicht einstecken. Wieso deine Ohren nicht einstecken? Vor-Rush-Typ-Ding. Versteh ich nicht. Warum man das nicht einfach macht? Wo ist er? Hier ist er. Warum drück ich ab? Weil ich nervös werd. Nein. Das war in die Hodo. In die Eier geschossen. Jetzt mach ich einen schlimmen Fehler. Ich mach'n Fehler. Alter, ich mach'n Fehler. Los, Zielperson. Ah, sie ist schon weg. Ja, die sollen sich ruhig auf mich konzentrieren. Hab' ich kein Problem damit. Okay, okay. Gut, 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 gut. Okay, jetzt hab' ich mich ein bisschen blöd angestellt. Die ganze Zeit läuft's eigentlich ziemlich gut, ne? Und jetzt da... War das ein bisschen dämlich. Oh, er kommt von hinten. Fuck, warte. Fuck, fuck, fuck. Steht die Zielperson hier alleine? Baller ihm ab! Nein! Die Zielperson ist alleine, oder? Ja, nur noch ich und die Zielperson. Wo ist er? 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 Komm, hau ab! Nein! Fuck, ich bin im Wasser. Fuck, 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 fuck. Ja, okay, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, ich komm hier nicht hoch. Voll auf den Präsentiert, heller. Nee, nicht schon wieder ins Wasser ran. Du bist ein Honk. Und schon wieder ins Wasser. Das wird nix. Den erwische ich nicht. Wo rennt die Zielperson hin? Nein, die haben die Zielperson erledigt. Fuck. Die waren so gut, aber wo müssen die hin, hä? Super. Schande. Vorige Runde waren wir eigentlich richtig gut. Wir waren gar nicht schlecht. Hey, yo, Leute. Ich hab schon 34 auf dem Konto. Super, warte. Das muss ich schnell überweisen. Das müssen wir schnell überweisen. Okay. Dafür ist Zeit kein Thema. Hey, ich hab sonst keine Kohle. Aber da macht man richtig schöne Kohle. Das find ich toll. So. Jetzt heißt es Zielperson ausknipsen. Easy, easy. Cut the ma. Das mach ich. Okay, rennst du rechts, links? Ja, oder rennst du hier entlang? Gut. Gut, dann sehen wir uns ja. Er ist alleine. Super, wir sind zu zweit. Alter, er kommt. Nein, du bist gerannt. Du, Honk, bist gerannt. Er hat dich gesehen auf der Karte. Ich komm hier nicht ums Eck. Warte kurz. Wir machen das anders so. So, wo ist er? Welche Knallen habe ich alle? Ja, gut. Hier rüber. Da rein. Hin. Oh, fuck. Der hat mich aber schnell gekriegt gehabt. Ich werde weg. Okay, so erkenne ich das nicht. Hihi. Lauf, 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 lauf. Gut, warte, ich kann von oben vielleicht kommen. Ja, 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 ja. Ich versuche mein Glück von oben. Tod von oben, bitches. Tod von oben. Nein, neben mir stand einer. Das ist blöd. Fuck. Okay, 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 okay. Gut, 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 gut. Ja, 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 ja. Lauf, 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 lauf. Sorry. Ich habe meinen Hurschen. Was soll ich machen? Bei so viel Action kriege ich heute einen Hurschen. Kann man nichts machen. So, kann ich vielleicht von hinten kommen, hm? Wow, 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 wow. Wir müssen alle von denen wegmachen, okay? Und dann die verkackte Zielperson. Ganz easy. Ich weiß, dass du da oben stehst. Dich mache ich weg. Zack. Fuck. Die haben alle nur so zwei bis drei Leben. Wenn alle weg sind. Das ist kacke, weißt du? Ich versuche das jetzt so. Ohne Auto aim, weil ich glaube, ich würde den sowieso nicht kriegen von der Entfernung. Ja, 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 ja. Das ist die Zielperson, oder? Die machen wir weg jetzt da. Zap, zap, zap. Ja, perfekt. Das war nicht die Zielperson. Fuck. Ich habe mir gedacht, weil es vielleicht so viel einstecken konnte. Erst, ich habe einen Plan. In der Ego kann ich vielleicht... Ich komme nicht in die Ego. Oh ja. Wow. Als ob ich in der Ego besser zielen könnte. Los, ballert sie mal ab. Ich glaube, ich erwische ihn gar nicht, oder? Fuck, der Pisa läuft vor. Ich muss raus aus der Ego. Das kann ich nicht laufen. Das ist unglaublich. Aber der macht es gescheit wenigstens. Er rennt wenigstens vor. Der andere hat zu lange gewartet bei uns im Team, finde ich. Ich meine, die verkackte Zielperson kann so viel einstecken. Ja, ich weiß. Du weißt, wo ich bin. Wo ist denn jetzt die Zielperson hin? Und die Zielperson? Ich sehe die nicht. Tut mir echt leid. Da haben wir ein Problem jetzt noch miteinander. Warum schieße ich daneben? Oh fuck. Was mache ich für Geräusche? Ich weiß selbst nicht, okay? Ist gut. Ich glaube, jetzt geht es sogar um die Wurscht. Wir müssen die Zielperson erledigen, damit wir gewinnen. Das komplette Match. Ah, die Zielperson ist oben auf dem Dach. Oder? Oder? So, da. Was? Ich habe nur gehört. Nein, nicht. So, jetzt nicht mehr weglassen die Zielperson. Ich denke, jetzt spawnt kein mehr. Kein, ähm. Oh ja, da spawnt noch ein verkackter Gegner. Fuck you. Fuck you, Gegner. Fuck you. Kacke. Oh no. Scheiße, schnell, 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 schnell. Oh, was ist? Was ist? Wir haben gewonnen, oder? Wir haben gewonnen. Definitiv haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen. Super, weil wir die Besten sind. Eindeutig. So ist es. Aber jetzt da. Runde 5. Es geht um die Wurst. Supsen, tupsen. Wah, ich bleibe wieder bei der Zielperson. Ich hoffe, du rusht einfach durch, Junge. Okay, warte, 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 warte. Äh. Hübscher Raketenwerfer, mein Freund. Ah, ich seh niemanden. Nope. Kein Gegner. Ich reiß jetzt nix. Du solltest vielleicht auch nicht immer denselben Weg nehmen. Hm? Komm jetzt. Komm. Ich denke, es wäre klüger, wenn er jetzt kommen würde. Ich mache einen Fehler. Ich weiß. Ich konzentriere mich nur hier auf einen Punkt. Moment. Der steht da. Ich kann hier nicht durchballern, oder? Nope. Also, wurscht. Lass mir den. Lass mir den gut sein. Vorne steht hier noch wer. Wo rennst du hin? Renn los. Wir geben dir so gut Deckung, wie wir können. Die Zielperson nicht aus den Augen lassen. Dipp, 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 dipp. Hey, der Spielmodus ist cool, hey. Ohne Witz. Der ist nicht schlecht. Der gefällt mir. Oh, hier drüben. Drüben, andere Seite. Ich sehe ihn noch nicht. Moment. Moment. Aha, ich habe ihn gesehen. Kommst du? Ich habe dir in den Kopf geschossen, Junge. Das solltest du eigentlich... Das solltest du nicht mehr erinnern können. Okay. 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 Be right. Geht's weiter? Gut. Warte, ich renne vielleicht so. Oder ist das dumm? Glaube ich gar nicht, dass das so dumm ist, hey. Okay, rein, warte. Oh, wir sind schon ziemlich weit. Komm. Komm, renn einfach weiter. Los. Okay. Schmorgen. Komm schon. Ja, ich kriege immer nur vertagte Unterstützungskills. Jetzt muss ich nachladen auch noch. Andere Seite hinter mir oder beziehungsweise vor mir. No, fuck. No, 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 no. Komm. Komm. Damit meine ich komme nicht zu mir, sondern renn weiter. Bleib ja auch nicht stehen. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Komm ich über die Hecke? Ne, bestimmt nicht. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Lauf, 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 lauf. Du, Zielperson, was ist denn los? Verstehst du nicht, dass du das Ziel bist? Du wirst denn dich beschützen? Scheiße, ich muss nachladen, wie blöd. Das ist ja wurscht. Konzentriert sich auf mich, dann kann die Zielperson ins Ziel laufen. Das ist Taktik. Alter, ich hoffe, du bist im Ziel, aber wo reinste denn du hin? Okay. Okay, komm, 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 evakuieren. Jetzt renn zum Helikopter, Junge. Evakuieren, evakuieren, evakuieren. Er rennt nicht vor, oder? Ist das, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Warum rennt er nicht? Das heißt, bitte. Evakuierungspunkt, okay. Renn zum Evakuierungspunkt. Wenn ich jetzt sterben sollte wegen ihm. Ich schwöre, ich, ich... Das ist der Wahnsinn, Alter. Solche Mitspieler braucht niemand. Bewegt dich. Es tut mir leid, Leute. Das Video wird umso länger, solange der Typ da braucht. Echt, das ist ein Wahnsinn, Alter. Das will er machen. Das hat er nicht ab. Warum hat er nicht ab? Ich schwöre, ich kann so auszucken, wie wir das Ding wegen ihm verlieren, Alter. Was ist dann nix ist dann? Weil ich kann eh nix machen. Ich hasse es, Leute. Ich hasse sowas so sehr. Wo ist er jetzt? Der Ficker versteckt sich dahinter, Alter. Echt? Ja, super, der ist tot. Ach Gott. Bitte. Bitte geh jetzt da. Komm. Die wollen dann endlich. Super, Leute. Wow. 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 Jetzt habe ich nicht 16.000 bekommen. Keine Ahnung, wieso. Wenn er ja schulwacht war, ich weiß nicht. Aber, Leute, ich hoffe, es war trotzdem irgendwie angenehm zuzuschauen. Spaßig oder so. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Unten links könnt ihr mein letztes GTA-Video anklicken. Oder rechts. Ich nehme mal an, mein letztes 7-Distosal-Video. Wenn ihr wollt. Also macht es gut. Haut herein. Und immer brav sein. Und immer brav sein.